Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing. Ich stehe schon mal hier. Ähm, ich habe mir etwas Holz besorgt. Hätten wir auch zusammen machen können, so ist nicht. Aber ich musste eben irgendwas tun, während ich nochmal eben 5 Minuten auf die Waschmaschine warte. So. Ich denke mal, ich brauche mehr als 10. Und ich brauche mehr als 10. Cool wäre natürlich, wenn wir hier irgendwann nochmal was haben, so dekomäßig. Was vielleicht, dann nehmen wir die Ecke vom Zaun raus. Und stellen das dann da hin. Das wäre irgendwie cool. Um. Gut. Äh, wofür habe ich jetzt davon noch? Zweig, wa? Bringt mir ja nischt. Gut. Dann würde ich sagen, für die, die danach kommen, machen wir hier noch mal was Hübsches. Ist so meine Idee. So, sechs nach da. Drei. Vier. Fünf. Sechs nach da. Einfach wegen dem Gießen. Das hätte ich beim letzten Mal auch vorher abklären sollen. So. 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 Und zur Not verlängern wir das einfach erstmal nach links weiter raus. Kommt drauf an, wie viele Kürbisse wir brauchen. Ja, man hat jetzt auch gesehen, der ist noch orange. Aber das hat wohl nichts zu heißen. Dann gucken wir uns jetzt mal unten auf den Platz um. Ich glaube, ich nenne den Saisonplatz. Die Frage ist echt, wie groß machen wir ihn in... Ob das was wird? Gerade eben so. Ein Trenchcoat. Trenchcoat sieht irgendwie immer nicht so doll aus bei mir. Nein, der sieht so weiblich aus, der Trenchcoat. Ähm, den schmeiß ich mal meiner Cousine hin. Ja, danke. So, jetzt zieh ab. Dann verkaufen wir nochmal eben ein bisschen was. Ja, verkaufen, klar. Ähm, ne Wespe, Nester, Äste, ne Wespe, Kratzbau, Eisenerz kannst du auch haben. Die Spielzeugkiste. Espresso-Kalach, hab ich wieder nicht in die Küche geknallt, ne? Egal. Ja, hab ich doch gern. So. Die Frage ist jetzt... Ja gut, hier könnte ein Zaun hin. Hier auch. Ah, der Zaun geht auch drauf, oder? Verändern kann man ja immer, das ist ja das Schöne. Wir nennen ihn Festplatz. Das kommt doch bestimmt geil. Weil hier feiert man Feste und vor allen Dingen die, die gerade anstehen. Als nächstes halt Halloween. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, weil ihr seht es ja schon wieder. Ich muss mir hier gleich nochmal was ausbuddeln, wie ich sehe. Na, Niko. Na, Niko. Ach, siehste, ich muss nochmal gleich die Bewohnerhäuser durchgehen. Auch die haben wohl spezielle Rezepte. Oder gerade die. Ähm, ich hab noch nicht rausfinden können, ob wir auch Rezepte aus dem Ballons bekommen. Bis jetzt weiß ich nur von den Bewohnern. Dementsprechend machen wir das gleich nochmal. Können wir denn diese mühselige Arbeit hier hinter uns haben. Und dann machen wir nachher wahrscheinlich die Hälfte wieder weg. Weil, ähm, das ja so ein bisschen nach Halloween dekoriert wird. Und falls es Friedhofsteine gibt, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich die natürlich hinstellen will. Und dann muss da ja ein Stück Rasen sein. Oh ja. Endlich wieder was tun. Die letzten Folgen waren ja, wie gesagt, also ich, selbst ich fand sie ein bisschen langweilig. Weiß ja nicht, wie es euch da so geht, aber, ähm, ja. Ja, sehr schön. Na komm schon. So ein Deko bauen wir jetzt toll. Also ich würde das schon gerne Halloween-mäßig auch so ein, ähm, ja, so ein Baum, der so ein bisschen geißermäßig aussieht, ne. So nix mehr dran. Gruselige Verästelung. Gucken, ob es sowas alles gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Klatschen jetzt einfach mal den Bogen hier hin. Wie gesagt, dann gehen wir gleich nochmal zu den Bewohner. Sehr schön. Dauert dadurch ja nur bedingt länger. Du Ochse. Naja, wir haben es ja schon fast. Ich wollte mir auch nochmal im Internet andere Designs runterladen. Von Fußböden. Vergesse ich auch irgendwie immer wieder. Man, jetzt liegt es auch irgendwo daran, dass, äh, Urlaub war. Das wollte ich nämlich vor dem Urlaub schon machen. Ah. So. Wir haben es gleich. Dann müssen wir ja dann ja nur noch einen Zaun bauen. Da kommen wir zwei rein noch. Oh weh, du fängst wieder an zu singen. Eben stand er wieder am Wald und hat gesungen. Gott, ist das schrecklich. Ich hab schon die Kopfhörer abgenommen beim Holzhacken. Oh. Jetzt auf den letzten Metern. Oh Mann. So. Ist er groß genug? Ich glaub schon. Bring ihn latschen wir mal eben kurz hier rüber. Gucken mal... ... ... wer zu Hause ist. Ach, Cube. Und du könntest mal deine Maske tragen. Spacken. Pandemie und so. Okay. Clemens ist auch unterwegs. Nico ist ja auch unterwegs. Das war Nico. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ihn hier hab ich auch schon unterwegs gesehen. Das ist Apollo. Okay. Was ist denn hier los? Da oben entsteht es nicht. Aber hier, oder was? Ach, guck mal. Hier muss ich auch nochmal weitermachen. Boah, die muss ich auch wieder loswerden, die Alte. Eine Kürbis, äh, Vogelscheuche. Ja, schön. Ja, damit will ich bauen. Zeig. Los jetzt. Mhm. 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 Ja, danke. Aber cooler Teppich damit. Welcome. Ja. Hier muss unbedingt noch, äh, was hin. Achso. Ich wollte mal eben gucken. Nein. Ja, erstmal muss ich sie auch erlernen. So, ich schmeiß mal eben schon mal den Tisch hier hin. Hm. Das hier wird ein Festplatz. Hä, 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 hä. Äh, herrlich. Ähm. Man sieht es noch gar nicht. Ich wollte ihn noch erlernen. Hab ich schon. Äh. Ich bin mich heute vergesslich, oder? So. Dich muss ich machen. Stein und Eisenerz. War ich, war irgendwie klar. Ähm. Ähm. Äh. Äh. 10, 20. Na, 30 Stück mach ich mal erstmal. Ja, 30 Stück hab ich da oben schon gebraucht, ne? 40. 40. Sofern ich genug, äh, hab. Dann kann ich sogar einfärben, glaub ich, ne? Ja. Oder? Nee. Was heißt, dass ich das in der Tasche hab, ne? Das wär ja auch cool, so, ne? So ein Windzaun in einer anderen, ähm, Farbe. Jetzt hab ich immer noch nicht nachgeguckt. Was braucht denn die neue Anleitung? Nix. Da. Ein orangefarbener Kürbis. Und Holz. Also muss ich auch schon mal viel, viel Holz, denk ich mal, auch sammeln. Wahrscheinlich jetzt wieder so alles mal so ein bisschen. Ähm, so für meine täglichen Aufgaben, wenn ich mich anmelde. Steine, Bäume. All den ganzen Kram. Äh, ja. 40. Aufstellen. Eins. Zwei. Äh, ich würde das ja gern wieder mittig haben. Ihr kennt mich ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Das lassen wir erst mal so. Na Nico, gefällt dir, was du siehst? Der guckt immer so. Oh nein. Ja, alles. So, dann gehen wir mal aus der Sonne. Sonst spreche ich die jetzt jedes Mal wieder an. Da habe ich keinen Bock drauf. Der auch noch angeschissen. Das ist so geil, wie der immer so rennt. Oh. Okay, reichen da zehn? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wahrscheinlich nicht. Ich muss nochmal 20 machen. Habe ich genug Material dafür? Ich fürchte, Stein ist ein bisschen wenig. Aber da können wir ja Abhilfe schaffen. Ziehen wir mal eben kurz ein paar Steine hier durch. Na, den nehmen wir natürlich auch mit. Und auch wenn da keine Steine rauskommen. Kohle ist immer gut. Okay. 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 Gut. Bauen wir nochmal eben ein Villenzaun. Turh. Okay. Ich bin neun. Ich bin neun. Ich bin neun. Gut, hätten wir das. Dann machen wir in der nächsten Folge den Zauneimer fertig. Und viel mehr können wir ja da, glaube ich, noch gar nicht machen. Weil wir noch gar nicht so viel Deko haben. Wir können eine Vogelscheuche schon mal ausstellen. Ja, gucken wir mal in der nächsten Folge. In der nächsten Folge ist ja auch eh die Nachtfolge dran. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017